Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Öni hier und herzlich willkommen zum nächsten Call of Duty Black Ops 3 Online Let's Play. Ja, Freunde, heute zocken wir wieder eine schöne Runde hier mit euch zusammen, den Online-Modus. Mitten in der Nacht, Donnerstag. Es ist 6 Uhr morgens. Ich bin mega am Arsch. Ich bin gerade die Nacht hier fast am Durchmachen, weil ich habe wieder ein bisschen spät angefangen mit den Videos vorproduzieren. Wir sind ja über das Wochenende in Leipzig und deshalb müssen wir hier Videos vorproduzieren. Und ich habe mal wieder, wie typisch Öni, sonst auch immer schön früh angefangen, die Videos vorzuproduzieren. Ich hoffe, dass ich mich heute jetzt einigermaßen noch konzentrieren kann um diese Uhrzeit, Alter. Aber ich würde schon irgendwie klappen, würde schon schief gehen, sagt man ja auch gut. Oh, da. Komm, komm, komm. Gerade läuft es nicht schlecht. Alter. Nein. Nein. Ey, ich hätte alle drei getrieben können. Habt ihr das gesehen, ey? Ja, von eventuell wird es heute nicht so eine krasse Runde, aber bitte verzeiht mir. Weil ich kann echt um 6 Uhr morgens, ist das schwierig für mich, mich noch so zu konzentrieren. Aber ich gebe mein Bestes. So, den haben wir. Da kommen noch mehr. Da, wo der herkommt, kommen noch mehr, ja? Da. Schön, Alter. Alter, hat er dieses... Wie heißt das? Wie hieß diese Tarnung, Mann? Die, genau, genau. Wie hieß die? Wie ist das diese, von der alle sprechen? Wie hieß die denn nochmal, Alter? Alter. Ich hab keine Ahnung, Mann. Auf jeden Fall Dark Matter, genau. Ist das diese Dark Matter Tarnung? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die feiern momentan alle richtig. Oder wollten wir eine Serie von mir sehen, irgendwas mit Dark Matter. Muss ich mir mal überlegen in Ruhe. Ja, das ist jetzt mein fünftes Video, was ich vorproduziere. Alles halt mitten in der Nacht. Schönes Night Let's Play. Und ich kann jetzt halt, wie gesagt, nicht so abgehen. Es ist mitten in der Nacht. Meine Eltern sind am Pennen. Jetzt kann ich nicht so laut rumschreien. Aber ich denke mal, jetzt, wenn die nächsten kommenden Tage hier schön ein paar Night Let's Plays kommen, ist das in Ordnung. Oh Gott, Alter. 8 zu 4. Egal, solange wir im Plus sind, ist alles gut. Das ist heute mein Motto. Sonst immer, ey, 20 Plus gilt's. Aber heute, solange wir im Plus sind, ist alles gut, ey. Alter, willst du mich verarschen? Der ist da hinten am Chillen. Ey, wie kommt der denn von hinten daher, Mann? Ey, wir haben eigentlich ganz gut gestartet, ey. Vor allem am Ende diese drei hatten wir kriegen müssen. Weil der mich jetzt bekommen, ne? Dann wäre aber echt zappenduster hier. Ey, meine Playstation 4 ist immer so laut wie ein Staubsauger, Alter. Kann mir das mal jemand erklären, ey? Was hab ich da falsch gemacht mit dieser Konsole? Warum ist die so laut, Alter? Ey, die sind doch nicht mehr normal. Die sind alle am Headglitchen und am Campen, da. Mann, ey. Ich würde am liebsten jetzt meine besten COD-Skills raushauen. Aber das geht einfach nicht, wenn ich im Halbschlaf bin. Ich merke da schon meinen Laufweg und alles. Ich bin nicht so konzentriert, aber da hab ich. Boah, bis ich erstmal reagiert hab und den gesehen habe. Da. Ach, aber geht ja eigentlich noch. Geht ja noch. Der Öni ist noch hellwach, Mann. Der boomst die jetzt alle weg. Jawohl, Alter. Es läuft doch hier. Komm her. Nächster. Nächster. Da war noch einer. Da war noch einer. Kannst du mir sagen, was du willst? Da war noch einer. Guck mal, jetzt überrasche ich den. Es kämpft. Oh, yo. Hier, du kleiner Pisser. Hä? Wie gefällt dir das? Jetzt hole ich noch den Sands raus. Dann könnt ihr meine Eier lecken. So, wo? Sands. Komm her. Kommt alle her. Lass mich 10 miterobern. Nein. Ey, ich hab 200 Punkte gerade verpasst, Alter. Das wäre so wichtig gewesen. Ich hätte Hellstorm gehabt. Nein. Egal, ich pumpe sie auch so weg und hole mir auch so den Hellstorm. Komm, komm. Ja, Mann, Alter. Ey, vielleicht kriege ich ja wieder die Reifen, Alter. Diese Reps. Okay, das sind keine Reifen. Ich sag's immer, das sind Reifen, aber das sind keine Reifen. Da. Komm. Ja. Reifen. Ich hab sie. Ich hab sie. Ich hab sie, Freunde. Ich fass es nicht. Und noch 200 Punkte dazu. Optimal. Komm, jetzt noch erstmal hier schön. Hier. Das hier, Mann. Guck mal, jetzt da. Perfekt. Zwei Stück. Boah. Was? Nein. Ich hätte abfeuern müssen. Ey, wie behindert bin ich? Da waren drei Stück auf einem Haufen. Ich hätte kurz R2 drücken müssen. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Ich hab gedacht, wenn ich die einfach auf dem Boden lande, explodiert die dort und alle, die dort in der Nähe sind, sterben. Aber ich hätte R2 drücken müssen. Ich Idiot, Alter. Alter, das war... Habt ihr meine Präzision gerade gesehen? Die war top, oder? Aber es läuft gar nicht schlecht heute. Es ist ohne Witz meine erste Runde heute. Ohne einzuspielen, ohne nichts. Und trotzdem läuft es einigermaßen. Vielleicht hab ich auch eine ganz gute Lobby erwischt. Man weiß es nicht. Aber die Reifen, die Raps werden auf jeden Fall in die nächsten Runde eingesetzt. 13 plus Skills. Boah, das freut mich, Alter. Das freut mich. Ich hab gedacht, ey. Ich krieg heute gar nichts auf die Reihe. Aber ich krieg doch einigermaßen, kriegen wir es hier hin. Zack. Optimal, Alter. Optimal. Ja, klar. Da hinten sind die alle am snipen und so. Auf jeden Fall jetzt für die zweite Halbzeit die Raps sofort einsetzen, Alter. Die Reifen. Alles klar. Ja, Freunde. Also heute ist Donnerstag, mitten in der Nacht. Das Video kommt am Abend. Auf viel FIFA kommt heute von mir. Ich mach so ein kleines, schönes Fatal-Special. Da müsst ihr mal reinschauen mit ein paar Team-of-the-Hier-Spielern. Neymar, Toti, Messi, Toti. Mach ich schon ein schönes Online-Turnier. Und dann gucken wir mal, ob ich das schaffe oder nicht. Ich muss dann noch da die zweite Runde aufnehmen und so. Alter, das wird alles mega kritisch werden. Aber krieg ich hin. Mach mal schon. Ich muss die Nacht durchmachen. Und ich bin mit Stefan, wie gesagt, übers Wochenende in Wuppertal. Was für Wuppertal? Wie komm ich jetzt auf Wuppertal? Wie komm ich auf Wuppertal? Ich bitte sag... Oh, shit. Alter, einfach Wuppertal. Jetzt kommen die Reifen, Alter. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß. Und noch die Drohne dazu. So, hier. Da müssen wir versuchen, ein paar Killstreaks noch zu haben. Vielleicht kriegen wir nochmal die Reifen. Einfach konzentrieren. Komm, komm, komm. Komm, da. Ne. Wo sind die alle? Da, rechts. Guck mal, hier kommen sie. Da. Ich hab's gewusst, Alter. Da kommt noch. Da war noch einer. Nein, Alter. Von hinten, ey. Das ist keine Pisser. Egal, meine Reifen, die regeln schon. Das wird ja, denke ich, doch wieder eine ganz gute Runde, Alter. Korrekt? Hätte ich niemals gedacht, Freunde, dass ich mich in der Nacht noch so konzentrieren kann. Da seht ihr, der Öni steckt voller Power, Alter. Da. Da hinten haben wir noch einen. Ein scheiß Camper. Liegt da auf dem Tisch, Alter. Wie so eine Strip-Nutte. Was ist das denn jetzt? So, ich wurde geblendet. 30, 11, 20 Plus Skills. Und ich sag grad, mein Motto ist heute Hauptsache im Plus. Und wir schaffen wirklich das andere 20 Plus Skills, ey. Das ist ja unbegreiflich, Mann. Das freut mich mega. Also, Freunde, ich erzähl's mal heute von meinem heutigen Ablauf. Unser Zug nach Leipzig, der kommt um 17 Uhr oder so. Und bis dahin muss ich halt alles fertig kriegen. Also muss ich jetzt hier mitten in der Nacht die ganzen Videos... Oh, shit. Boah, war ich grad unpräzise. Tut mir leid. Ach. Ach, aber labern und gleichzeitig zocken bei COD ist schwierig, Alter. Da muss man so präzise sein. Der kleinste Millimeter kann schon alles kaputt machen. Also ich bin um 12 Uhr auf einer Beerdigung von meinem alten Trainer. Dazu erzähl ich ein bisschen mehr im WWE-Let's Play, Freunde. Also das kommt jetzt auch morgen oder übermorgen WWE. Und das könnt ihr euch dann mal gerne reinziehen. Dort erzähl ich dann mehr von meinem alten Trainer. Und da möchte ich jetzt nicht so viel mehr erzählen. Jetzt steigere ich mich wieder hier zu sehr hinein in der Let's Play. Und das wollte ich jetzt einfach nicht. Ich wollte euch nur mal kurz informieren. Ich bin jetzt mal auf einer Beerdigung um 12 Uhr. Dann muss ich mich fertig machen für Leipzig. Alles packen und halt noch die Videos fertigstellen. Nein, ich hoffe, das kriege ich alles noch in diesem Zeitraum gebacken. Aber, ja, wird schon irgendwie. Wenn nicht, mache ich auf der Zugfahrt oder so. Ich nehme mal meinen Laptop mit. Mache ich auf der Zugfahrt, schneide ich noch die Videos fertig. Oder, ja, schaue ich einfach mal. Auf jeden Fall kommen da Videos. Da brauche ich keine Sorgen zu machen. Da. Ah, beide schon tot. Habe ich. Doch, Alter. In der Nacht zocke ich ja, glaube ich, fast noch besser als tagsüber. Obwohl ich so müde bin. Da kommt jetzt jemand. Ne, doch nicht. Jetzt aber. Da. Habe ich. Boah, diese Reaktionszeit vom Öni. Alter, da. Oh, 100er Prezi war vorhanden. Wir haben weg mit deinem scheiß Computer. Wir haben wieder die Reifen, Alter. Äh, ich sag schon Reifen. Wir haben die Drohne. Ich sag Reifen, ey. Der hat Wiederbelebung gerade aktiviert. Was ist denn da los, ey? Oha. Der hat Raps. Wo hat er die Reifen her? Verdammte Scheiße. Wir verlieren ab. Ey. War hier gerade jemand? Nö. Ey, ey. Aber wo hat der eine gerade die Reifen her? Was geht denn hier ab? Oder was? Das waren gar keine Reifen. Okay. Da merkt ihr, es ist für mich zu spät, Freunde. Das ist zu spät für mich. Ganz klar. Ja, man. Mein Kill. Ah, okay. Ich bin mal gespannt, wie viele Pluskills wir am Ende haben. So, komm, weiter. Oh. Boah, fast zwei. Komm, geh mal mit mir hier A erobern. Da. Ja, klar. Hau mal die Dinger woanders rein. Kannst du in dein Arschloch stecken, diese zwei Schwerter. Aber nicht bei mir auf dem Boden hier. Oh, oh nein. 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 Hätte ich kriegen müssen eigentlich. Komm, wir haben noch Sense, Alter. Hau mal den. Ach, scheiße. Egal. Ich schau jetzt noch den Sense raus zum Schluss. So, vielleicht reißen wir noch damit ein bisschen was. Das liebe ich auch. Oh, dieses Geräusch ist so erleichtert. Dieses Drrrt. Dieses Drrrt. Genau das. Drrrt. Weiter, weiter. Drrrt. Kommt alle her. Ja, der kommt jetzt. Der kommt jetzt. Der kommt jetzt da. Hab ich. Oh. Drrrt. Hab ich. Weiter, weiter. Ah, Mann. Egal. Ich denke, das war eine Top-Runde, Alter. Das war eine Top-Runde. Da bin ich sogar selbst mit zufrieden. Total unerwartet. Und? Bam, Junge. 46, 17. 29 plus geht's, Alter. Das ist doch optimal, Alter. Der Öni ist wieder einigermaßen abgegangen. Und wir waren gar nicht mal so schlecht. Und da, ihr guckt euch mal die Gegner an. Der eine hat auch dort drüben 48, 25, 32, 6. Da waren jetzt nicht die totalen Loops drin. Aber, ja, bin zufrieden mit der Runde. Ja, dann würde ich sagen, Freunde, was ist jetzt auch, also wie gesagt, wir kommen Samstagabend ungefähr aus Leipzig wieder zurück. Sonntag geht's dann normal weiter mit normalen Let's Plays und nicht Night-Let's Plays. Aber ich denke mal, jetzt für die Tage, da wo das Team of the Year kam, da waren genug Ausraster dabei. Deshalb machen wir ein bisschen gechilltere Let's Plays jetzt. Und, ja, würde ich sagen, war's jetzt auch. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da für mich wieder selber 9.000 Likes von dem, wenn die knacken würden. Und, ja, wie gesagt, morgen geht's ab nach Leipzig, beziehungsweise heute. Macht's gut, Leute. Haut rein und tschau. Mmh. Mmh.